Okay, raus. Und durch die Tür. Komm, Joseph. Was zum Teufel? Kidman! Holt mich aus diesem Ding raus! Warte! Wieder eine Falle! Da! Um einiges... Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Ja, ja. Natürlich, ich sollte lieber runterkommen. Weil ich nichts Besseres zu tun habe. Okay, ich muss ihm helfen. Bevor er drauf geht. Ja, ja. Bin schön unterwegs. Ich steche den ersten ab. Ganz einfach. Oder auch nicht. Okay, aber ich habe keine... Ich habe keine Feuer... Ah, ich habe nur noch zwei. Drei habe ich noch. Wir brauchen mehr. Ah! Nein! Oh! Du Drecksack! Zünd sie an! Zünd sie an! Muss ich wieder aufstehen! Wie viele von den Dingern sind das? Keine Ahnung. Aber die Axt nehme ich mal. Komm her! Bam! Okay. Du willst wieder... ...aufstehen! Gibt's nicht! Nein, Joseph! Nein! Oh! Ah, verdammt! Okay, schnell Immun sammeln. Schnell nachladen. Und zurückschlagen. Wo sind sie? Oh, warum frage ich eigentlich? Okay, ich brauche erst mal eine Spritze. Wo kann es jetzt losgehen? Komm schon runter! Naja, lass sie schießen. Ich fucke sie ab. Wieder einer weniger. Wieder einer, der in der Hölle schmort. Oh oh. Munition alle? Nicht gut. Pastole. Komm schon. Ja genau, lass sie fallen. Du. Geh weg! Achtung! Die haben Dynamit! Wo? Wo? Ach du Scheiße! Äh. Ja genau, lass sie fallen. Idiot. Fuck ihn ab! Das war noch immer nicht alles. War das? Alles? Nein, das glaube ich nicht. Da ist noch was in der Nähe. Okay, ich war rum. Mun, 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 mun. Mal nachladen. Wo? Welche Seite? Geh nicht den Helden! Zurück! Oh nein! Oh fuck! Oh fuck! Oh, was habt ihr denn für schöne Porzellan? Ah, Masken auf! Ich glaube, die schieße ich euch mal lieber von der Birne! Das gibt es doch nicht! Oh, Fett, die hält aber ganz schön viel aus! Das gibt es doch nicht! Lady! Zeit zu sterben, Mann! Also! So! Deine Mami ist schon schlafen gegangen und du jetzt auch! Das war der letzte. Ah, Munition, sehr schön. Hier liegt auch noch Mun. Und, ähm, ein bisschen Gehirnglibber einsammeln. Hey, Fetti! Ich bin hier! Na komm! Nette Maske! Komm schon! Verdammt! Lass ihn in Ruhe, Mann! Oh, sorry! Ich hab dich voll gemacht! Passiert! Achtung! Die haben Dylamid! Was? Gleich macht's Wurm! Na komm schon! Oh! Munition, alle! Munition, alle! Komm schon her! Ah, das war's! Wow! Kidman braucht Hilfe! Wie kriegen wir Kidman hier raus? Verdammt! Das war knapp! Komm, beeil dich! Das solltest du dir mal ansehen! Was? Ich krieg das nicht auf! Das muss noch ein Bedienfeld geben! Die Zeit läuft ab! Wohin gehen die Kabel? Ich gehe! Was soll ich tun? Beeilung! Beeilung, Beeilung, Beeilung! Bevor sie abseuft! Da ist nichts! Oh nein! Wo kommst du denn jetzt wieder her? Und was hast du da in der Hand? Und ich kenne Dynamit! Shit, shit, shit! Viel zu wenig Energie! Okay! Ihr seid eingesperrt! Du musst noch ein Bedienfeld geben! Es gibt ja ein Bedienfeld! Oh oh! Nein, nein, nein! Genau! Shit, shit! Keine Zeit! Ich bin ja schon unterwegs! Ich beeil mich ja schon! Schau aufs Bedienfeld! Es hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja, eine obere, eine untere! Stell die obere auf 22! Und die untere auf 5! Was ist denn jetzt wieder? Joseph Kidman! Ein riesiges Loch! Besser nicht hier runterspringen! Oder vielleicht doch! Ja! Halte durch! Ich komme! Da runterspringen? Bist du denn verrückt? Okay! Wo sind sie? Wo sind die hin? Hier liegen nur wieder eine Menge Leichen! Nichts will raus hier, bevor sie sich wieder verwandeln in diese Monster! Oh nein! Komm schon! Das ist doch ein schlechter Scherz! Munition alle? Ja! 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 Geh weg von mir! Ja! 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 Josef! Wo bist du? Ja! Okay, ich dachte schon. War das? Kidman! Wo bist du? Kidman! Josef! Ihr seid hier! Ich warte hier durch Leichen! Ich brauche Munition! Vielleicht finde ich da oben! Jawohl! Okay! Nachladen! Und sparsam umgehen! Soll ich da jetzt wieder runterjumpen? Halt auf! Höh! Ach nein! Nein, nein, nein! Sebastian! Ja, ja! Bin ja schon da! Bleibt sie zurück! Shit! Ach Mann! Bleibt stehen! Hässlicher Freak! Oh shit! Munition alle! Munition alle! Ja! Weg von mir! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Okay! Erstmal das! Dann das! Dann nachladen! Dann das hier! Dann das hier! Dann das hier! Ahm! Das war's! Ich halte dich! Sehr gut! Was ist denn keine Munition hier? Da! Ach! Geh! Weg! Schieß auf ihn! Verdammt! Komm schon! Schieß! Ja! Genau so! Alles okay bei euch? Alles klar! Nur ein paar Kratzer! Uns geht's gut! Gut! Dann mach das Türchen auf! Das kann ich gut gebrauchen! Sonst gibt's hier nichts, oder? Ah! Munition! Sehr schön! Drei Schuss noch! Wenn du nicht gekommen wärst! Okay, gut! Ich hab's! Bin ja schon da! Ich bin der Held, Baby! Ich bin der Held! Was ist los, Joseph? Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen! Sebastian! Vielleicht können wir sie anheben, so dass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet! Wir zählen auf dich! Alles klar! Weiter jetzt! Wie? Weiter! Ah! Okay! Hier! Gehen wir! Okay! Gott sei Dank! Ihr seid okay! Es ist komisch! Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung! Er? Oh, was ist das wieder? Oh nein! Oh nein! Ich war doch gerade mit meinen Partnern vereint! Und jetzt wieder allein! Und ein weiteres Tagebuch! Hochzeitseinladung! Hochzeitseinladung! Okay! Und ein weiteres Tagebuch! Hochzeitseinladung! Kann ich mich auch mal gleich wieder verbessern! Sebastian? Haben Sie etwas vergessen? Eigentlich nicht! Ich bin nur wieder da, um mich aufzupimpen! Ich bin nur wieder da, um mich aufzuprobieren! Ich bin nur wieder da, um mich aufzuprobieren! Und dann... Und... Ja, keine Ahnung! Was könnte man denn noch kaufen? Fitness? Gibt's noch was für 1000? Gibt noch genug! Feuerrate der Pistole kann man auch verbessern! Ja, dann machen wir das! Okay! Gut! Danke für das Upgrade! Und zurück in den Albtraum! So, Türe auf! Und aufpassen! Ah! Ich weiß gar nicht, was diese komischen Schrauben uns so bringen! Kann man da sich irgendwas zusammenfriemeln? Muss ich mal später gucken! Okay, leise! Das Pärchen wartet wieder um die Ecke! Ah, was haben wir denn da? Munition! Ach, eine Flasche am besten nehmen! Hier kommen wir nicht durch! Hey, Leute! Ich bin hier! Hallo! What the fuck! Uh! Ups! Das haben sie sicherlich gehört! Die stehen da noch immer wie bestellt und nicht abgeholt! Mal schauen! Hallo! Eck mit dir! Auf dem Boden! Wo du hingehörst! Als Maulschlampe! Gut! Ist tot! Was ist das hier drin? Munition? Nein! Noch einer! Ich hab gar keine Munition mehr! Ich muss echt aufpassen! Mist! Verschlossen! Kein Durchkommen! Was? 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 Ah! Ich muss weg! Ach du Scheiße! Die nette Lady mit ihren langen Haaren ist wieder da! Oh ja! Oh ja! Mach die Tür auf! Ja, Gott sei Dank! Genau! Verschmor! Wo ist sie? Mit Feuerschein zu gehen! Ha! Hab ich ja noch mal Glück gehabt! Junge Vater! Hat die mich erschrocken! Ha! Na, schau an! Ein weiterer Schlüssel! Ich muss nachladen! Ich hab zwei Schuss! Ja! Und da ist er ja! Okay! Noch mal Glück gehabt! Die Lady ist ein bisschen angekokelt! Kann mir ja egal sein! Geh doch weg! Dann noch mal! Dieser verdammte Wagen! Höh! Was? Ist der Durchgang hin? Ja, ja, ja! Nein, nein! Den lassen wir mal da stehen! Dann flüchten wir dann hin, falls jetzt... ...wieder ein paar kommen... ...die uns ans Leder wollen! Oh, eine Fackel! Das ist gut! Fackel ist gut! Fackel ist gut! Falls jemand aufsteht, kann man dann gleich anzupfen! Pumgarn-Munition! Munition! Munition! Nein! Oh, nein, 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 nein! Da, da! Springen wir nicht runter! Das könnte übel für uns enden! Noch eine Fackel? Aber so, wie es aussieht, müssen wir sogar da rein! Oh! Nicht, du! Verdammt noch mal! Wieso? Wieso? Kommt diese blöde Schlampe immer wieder! Okay! Nein! Oh Gott! Oh! Scheiße, nein! Oh! Fuck! Maffe wechseln, keine gute Idee! So eine Schlampe, Mann! Nochmal passiert mir das nicht! Dafür sind diese Feuerfässer da! Komm raus, Schlampe! Lass uns spielen! Katze und Maus! Komm! Komm her, du vierarmiges Miststück! Ich hab ein kleines Präsent für dich! Das hier nämlich! Ah, wie schmeckt dir das? Ah, eine Fackel! Nicht gut gebrauchen! Ah, ein Ofen! So funktioniert die also! Hallo? Wo bist du denn? Ach, da! Weg mit dir! Verkohltes Miststück! Nein, nein, nein! Komm schon! Jetzt! Bye, bye! Hahaha! Na, wie schmeckt dir das? Was? Oh, verdammt! Komm schon! Pass weg! Nun her! Nachladen! Sie kommt, sie kommt, sie kommt! Komm schon, ich bin hier! Mist, ich kann die Leichen nicht verbrennen! Aber egal! Vielleicht schickt sie das jetzt endlich in die Hölle! Ja! Endlich! Das hat lang gedauert! Gut! Ich will ja noch die Gehirnmasse aufsammeln! Dann nichts wie weg hier! Was zum Teufel? Ist das Wasser oder ist das Öl? Das könnte Öl sein! Was ist denn das schon wieder? Nach Hause! Nach Hause! Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition, sowie repetitives Verhalten auf. Synesthesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen? Unglaublich! Kein Zweifel mehr. Dieser ist... kompatibel. Was tut der da? Was... Was im Teufels Namen? Ein riesiges Gehirn. Oh nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ich habe fast keine Munition mehr! Wie soll ich die besiegen? Oh nein, 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 nein! Kommt schon, Leute, das ist nicht fair! Das ist nicht fair! Verdammt! Äh, vielleicht, 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 Bolzen, Bolzen, Bolzen. Ich habe bestimmt Bolzen. Okay. Einen. Na, super. Na, wenigstens einen können wir loswerden. Ein Explosiv Bolzen. Da darf ich aber nicht zu nah ranstehen. Zack! Jawoll! Was ist das? Was? Ach, ich muss den Stecker stellen. Alter! Wow, wow, wow! Der Stecker muss gezogen werden bei euch! Verdammt! Das bringt gar nichts! Okay. Munition alle. Ja, Munition alle, genau. Du hast es erfasst. Okay. Hier habe ich noch ein bisschen. Dreischuss. Okay. Stecker! Nein! Zieh den Stecker! Okay. Jetzt im anderen. Stecker ziehen! Das war's. Oh nein, was ist jetzt los? Untertitelung des ZDF, 2020